Oschatz OATS ist eine sächsische große Kreisstadt, nennt sich die Stadt im Herzen von Sachsen und liegt etwa 55 Kilometer östlich von Leipzig an der Bahnstrecke Leipzig-Dresden. Geografie, Lage und Klima Oschatz liegt in hügeliger Umgebung im Tal der Döllnitz, die als linker Nebenfluss etwa 15 Kilometer weiter östlich bei Riesa in die Elbe mündet. Oschatz liegt in einem waldreichen Gebiet mit dem Wermsdorfer Forst und dem Kollmberg sowie der Dahlene Heide, die durch Rad- und Wanderwege erschlossen sind. Umliegende Gemeinden sind im Uhrzeigersinn, Liebschützberg, Naundorf, Mügeln, Wermsdorf und Dahlen. Die durchschnittliche Lufttemperatur in Oschatz beträgt 8,6 Grad Celsius, der jährliche Niederschlag 570 Millimeter. Die Stadt Oschatz gliedert sich neben dem Hauptort in folgende 14 Ortsteile. Geschichte, Ersterwähnung bis 18. Das Gebiet der heutigen Stadt ist seit der Jungsteinzeit besiedelt. Von der einstigen sorbischen und frühdeutschen Burgwaldanlage in Altoschatz ging der Ortsname Ostgekehr vor. 1200 wurde ein Johannes D. Oschatz erwähnt, jedoch ist die Zuweisung zu Oschatz unsicher. Die sichere Ersterwähnung der Stadt stammt aus dem Jahr 1238. Hier wurde Oschetz in einer Urkunde des Markgrafen Heinrich III. von Meißen genannt. Die älteste im Stadtarchiv befindliche Urkunde, ein Indulgenzbrief des Bischofs Konrad von Meißen, ist auf 1246 datiert. Im Jahr 1344 wurde die Bürgerwehr die Gehanschten durch den Städtebund Oschatz, Torgau und Grimmaj erstmals erwähnt. Seit 1365 ist auch ein Schulmeister überliefert. Eine Westung wurde in Oschatz 1377 erst genannt. Es wurde ein Stadtwachturm auf dem Gebiet des heutigen Museums errichtet. 1394 wurde der Stadt das Marktrecht zugesprochen. Nach dieser Zeit des Wohlstands folgte die Stadtplünderung durch die Hussiten. Die Stadt wurde verwüstet und gebrannt schatzt. Im Jahr 1451 besaß Oschatz das Meilenrecht. Dies kann aus einem Innungsbrief der Schumacher belegt werden. Am Neumarkt wurde 1477 ein erstes Rathaus errichtet. 1478 schließlich erwarb die Stadt die eigene Gerichtsbarkeit vom Landesherren. Das heute noch bestehende Rathaus wurde in den Jahren von 1538 bis 1546 erbaut. Während der Reformation wurde Oschatz wie viele umliegende Städte protestantisch. Heute befinden sich Briefe von Luther, Melanchthon und Justus Jonas dem Älteren im Ratsarchiv. Um 1566 forderte die Pest unter 3000 Einwohnern in der Stadt 900 Tote. Oschatz war 1583 von Hexenverfolgung betroffen. Leonhard Sierer geriet in einen Zaubererprozess und wurde erhängt. 1616 ereignete sich der erste Stadtbrand, der 440 Häuser und Scheunen vernichtete. Es blieben lediglich 24 Häuser innerhalb der Stadtmauern unversehrt. Im Jahr 1626 war Oschatz mit 3500 Einwohnern siebgrößte Stadt in Sachsen. In den Jahren von 1631 bis 1648 wurde die Stadt im Zuge des Dreißigjährigen Krieges mehrere Male geplündert. Bürger wurden einquartiert oder kontributiert. Eine zweite Pestwelle forderte noch einmal etwa 2000 Opfer. Bis 1650 fiel die Einwohnerzahl auf 1700. Bei einer dritten und letzten Pest starben zwischen 1680 und 1682 noch einmal 658 Menschen, davon 231 Kinder. Im Jahr 1683 wurde eine Poststation eingerichtet, der folgten 1724 steinerne Kur-Sächsische Postmeilensäulen, die heute nicht mehr vorhanden sind. Während des Siebenjährigen Krieges trafen die Parteien unter anderem bei der Schlacht bei Oschatz zusammen. 1769 wurde die Schulpflicht für Kinder von 5 bis 14 Jahren in Oschatz eingeführt. 19. Jahrhundert bis heute 1801 wurde mit dem Oschatzer Erzähler die erste Zeitung der Stadt herausgegeben. Während der napoleonischen Herrschaft 1806 zu 1813 gab es Truppenbewegungen durch die Stadt. Im April 1813 verweilte Johann Wolfgang von Goethe im Gasthof Löwe. 1818 wurde Oschatz Garnisons Stadt des Sächsischen Schützenbataillons. Mit der Fertigstellung des Bahnhofes Tschölau Oschatz 1838 bekam die Stadt Anschluss an die noch im Bau befindliche erste deutsche Ferneisenbahn, die Leipzig-Dresdner Eisenbahn, die schließlich 1839 fertiggestellt wurde. 1842 zerstörte ein zweiter Stadtbrand 375 Gebäude. Im Jahr 1867 wurde Oschatz Garnisons Stadt für das 1. Ulanen-Regiment in der 1. Königlich-Sächsischen Division. 1875 wurde aus dem Gericht samt die Amtshauptmannschaft Oschatz gebildet. 1885 begann der Bau der Schmalspurbahnstrecke nach Mügeln. 1891 wurde die Schmalspurstrecke nach Strehler fertiggestellt. Das erste städtische Krankenhaus wurde 1895 am Stadtpark errichtet. Von April bis Mai 1933 bestand im städtischen Ferienlager Pappenheim ein Konzentrationslager. Am 1. Juli 1934 wurde der Ort Schölau eingemeindet. Ein Jahr später wurden der Oschatzer Fliegerhorst gebaut und eine Wehrkreis-Remonte-Schule gebildet. Während des Zweiten Weltkrieges von 1939 bis 1945 kam es zu keinen großen Kriegszerstörungen. Vom Februar 1941 bis April 1945 befand sich in der Oschatzer Lutherstraße die Hauptverwaltung des Kriegsgefangenenlagers Stalagy VG der Deutschen Wehrmacht. Von hier aus wurden Zehntausende von Kriegsgefangenen zur Zwangsarbeit im näheren und auch weiteren Umkreis verteilt. Am 26. April 1945 wurde Oschatz kampflos an die Alliierten übergeben. Am 5. Mai wurden diese durch sowjetische Truppen abgelöst. Weitere Eingemeindungen erfolgten am 1. Juli 1950 mit Altoschatz und Ortsteilin sowie mit Striesa. Oschatz wurde 1952 Kreisstadt des aus der Amtshauptmannschaft gebildeten Kreises Oschatz, der im Bezirk Leipzig lag. 1976 begann der DDR-Wohnungsbau in Oschatz-West in Plattenbauweise und dauerte bis 1987 an. Im Jahr 1973 wurden Merkwitz, Lonewitz, Schmorkau und Thalheim nach Oschatz eingemeindet. Die Stadt hatte 1979 insgesamt 18.804 Einwohner. Die 750-Jahr-Feier der Ersterwähnung 1238 fand 1988 statt. Nach der Wende wurde 1990 der erste Stadtrat frei gewählt. Oschatz hatte nun 19.392 Einwohner. Am 1. Januar 1994 wurden als letzte Ortsteile Limbach und Leuben eingemeindet. Mit der Bildung des Landkreises Thurgau-Oschatz verlor die Stadt den Kreissitz nach Thurgau und wurde 1997 große Kreisstadt. 2000 wurde 800-jähriges Ortsjubiläum gefeiert. In den Jahren von 2000 bis 2005 wurden Neu- und Altmarkt sowie das Rathaus rekonstruiert. 2006 richtete Oschatz die vierte sächsische Landesgartenschau aus. 2010 errang die Stadt Silber beim Bundeswettbewerb Unsere Stadt blüht auf. Geschichte des Ortsnamens Oschatz-Oschatz-Oschatz-Oschatz-Lat-Oschatzium-Oschizium eine Stadt und Amt im Markkraft am und Kreis Meißen zwischen Meißen und Wurzen an der Döllnitz oder Deutsch. So bei Strehlen in die L bekommt. Der Name ist slawisch und soll so viel als Ost ist gleich oder Morgen ist gleich Licht bedeuten. So wird auch in einigen alten Monumentis gefunden als ob es etwa in 1048 von dem Kaiser Heinrichen III unter dem Namen Ostzech, nebst Leisnig und Strähler dem Stiftseits einverleibet worden und im Pargo d'Elemonka gelegen sei. Wie denn nicht weit von Oschatz das alte Städtlein Dahlen oder Dahlen liegt, dessen Name eine Reliquie des gedachten Pagi zu sein scheinet, der Landgraf Friedrich mit dem Bisse von Thüringen und Markgraf zu Meißen hat dieses Oschatz in besonderen Ehren gehalten. Und gleichsam seinen Schatz zu nennen pflegen, wie er denn ein Franziskaner Kloster all da gestiftet ein Archidier genähtes Stifts Meißen, nebst sechs Kenneneises dahin verlegt und auf einem Schlosse vor der Stadt davon noch Merkmale übrig öfters sein Vergnügen gehabt haben soll. Herzog George von Sachsen hat vorgehabt ein Kollegiat ist gleich Stift hier zu legen, hat auch zur Erbauung der Kirchen, Rathauses und anderer Gebäude viel beigetragen. Sonst sollen die Husten übel da selbst gehauset haben. Im Jahre 1616 ist die Stadt fast gar abgebrannt und ob sie sich zwar wieder in etwas erholet, ward sie doch 1632 von den Kaiserlichen und 1637 von den Schwedischen ausgeplündert und das letzte Mal zugleich abgebrannt. Die Stadt ist schriftsissig und hat der Rat die Gerichte da selbst pachtweise Zedlers Universal Lexikon. 1722 der Sage nach suchte der Kaiser nach einem Namen für die Stadt an der Döllnitz und fragte seine Frau, wie soll ich diese Stadt nur nennen, darauf soll seine Frau geantwortet haben. O Schatz Politik Der Stadtrat setzt sich seit der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 wie folgt zusammen. Die große Kreisstadt Oschatz führt laut Hauptsatzung vom 1. Januar 2002 ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel. Das Wappen zeigt auf gelbem Grund einen stehen schwarzen Löwen und drei rote Sterne. Es handelt sich hierbei offensichtlich um eine Variante des Meißner Löwen. Als Flagge führt die große Kreisstadt Oschatz die Farben schwarz-gelb in Längsbahnen. Es kann auf dieser Flagge auch das Wappen angebracht sein. Ihr Siegel trägt Namen und Wappen der Stadt. Unter dieser Satzung gedruckt beurkundet es seine Form. Partnerstädte Frankreich-Venessie in Frankreich Tschechien-Trebic in Tschechien Deutschland-Blomberg in Nordrhein-Westfalen Deutschland-Filderstadt in Baden-Württemberg Polen-Starogat-Gedanski in Polen Sehenswürdigkeiten Die Oschatzer Altstadt hat noch Teile des mittelalterlichen Mauerrings. Nach zwei großen Stadtbränden 1616 und 1842 stammt die heutigen Bebauung überwiegend aus dem 19. Jahrhundert. Manches ist aber älter. Bauwerke an Kirchplatz und Neumarkt das Rathaus wurde 1538 zu 1546 auf dem Grundstück eines seit 1477 von der Stadt erworbenen und als Rathaus genutzen. Privathauses errichtet. Nach dem Brand von 1842 wurde beim Wiederaufbau nach Plänen von Gottfried Semper der Turm um mehrere Stockwerke erhöht, dagegen der Stufengiebel um eine Etage vermindert. Die zweitürmige Sankt-Egidien-Kirche ist ein neugotisches Bauwerk aus den Jahren 1846 zu 1849 auf dem Grund mittelalterlicher Vorgänger. Vogtshaus ursprünglich ein romanischer Bau aus dem Jahr 1180 mehrfach umgestaltet. 1544 zu 1843 Zunfthaus der Tuchmacher Stadtschreiberei Heutige Gestalt weitgehend 1611-1617 Alte Stadtschule Heutiges Gebäude von 1629 Rektorat Heutiges Gebäude von 1621 Bauwerke in der übrigen Altstadt Die Klosterkirche gehörte ursprünglich zu einem 1228 gegründeten Franziskanerkloster. Der heutige gotische Kirchenbau wurde 1428 errichtet nach der Zerstörung der alten Kirche bei einem Hossidenvorstoß. Seit der Reformation diente das Gebäude zumeist nicht kirchlichen Zwecken, beherbergt aber seit 1924 nach Umbauten im Inneren wieder einen Andachtssaal und andere Räumlichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde. Das Archidiakonat diente seit 1394 als Ammenspital und umfasst auch die Elisabeth-Kapelle aus dem Jahr 1410 mit Fresken. Das Stadt- und Wagenmuseum ist ein Ensemble aus vier Gebäuden, Wachtturm von 1377 zugänglich als Aussichtsturm, Teil der Stadtmauer. Punkt Zu den Schätzen des Museums gehört ein Manuskript des Sachsenspiegels aus dem Jahr 1382. Kleinere Objekte im Stadtbild Markbrunnen von 1588-89 still. Ein Korbpranger von 1532 beim Rathausdurm, von 1860 am ehemaligen Altoschatzertor. Bauwerke außerhalb der Altstadt Schloss Osterländ Wüsteschloss Ruine einer vierflügeligen Schlossanlage aus dem 13. Jahrhundert schon seit dem 14. Jahrhundert nicht mehr genutzt. Kirche Altoschatz 1330 Fahrkirche Heutiges Gebäude aus dem 16. und 17. Jahrhundert Die Friedhofskirche Sankt Georg-Gothische Saal-Kirche mit flacher Decke 1583 zu 1587 während einer Pest-Epidemie errichtet. Heute städtische Trauerhalle Schloss Leuben Barocker Landsitz Verkehrsbauwerke Döllnitzbahn 750 mm Spurweite Alltags- und Museumsbetrieb Brücke aus Textilbeton im Stadtpark 8,6 Meter lang und 2,5 Meter breit Sie ist die weltweit erste derartige Brücke, wurde an der Tour Dresden entwickelt und zur Landesgartenschau 2006 errichtet. Gedenkstätten Ehrenmal im Stadtpark für die Opfer des Faschismus mit einer zusätzlichen Erinnerungstafel für französische Widerstandskämpfer, die 1984 angebracht wurde. Grabstätten und Gedenkstein auf dem Friedhof seitlich der Kapelle für 19 weibliche überwiegend jüdische KZ-Häftlinge, die bei einem Todesmarsch von einem der Außenlager des KZ Buchenwald im April 1945 ums Leben kamen. Auf dem gleichen Friedhof befindet sich die Grabstätte des Widerstandskämpfers Erich Vogel, Gedenkstein an der Ecke Leipziger Platz Friedrich Naumann Promenade zur Erinnerung an den Zwischenaufenthalt des KPD-Vorsitzenden Ernst Thielmann, bevor dieser in das Zuchthaus Bautzen überführt wurde. Gedenktafel am Haus Strehlehrstraße 5 gleichfalls Thielmann gewidmet der 1944 im KZ Buchenwald ermordet wurde. Wirtschaft und Infrastruktur Oschatz hat eine Autobahnanbindung an die Bundesautobahn 14 über die Ausfahrten Mutschen, Leisnig oder Döbeln Nord. Die Bundesstraße 6 führt durch die Stadt und die Bundesstraße 169 führt wenige Kilometer an Oschatz vorbei und dient der regionalen Anbindung an die A14 sowie die Städte Döbeln und Riesa. Im Schienenverkehr hat Oschatz über den Bahnhof Oschatz Anschluss an die Bahnstrecke Leipzig-Dresden und die schmalspurige Döllnitzbahn über Mügeln, nach Kemlitz gelossen. Im Luftverkehr gibt es als Sonderlandeplatz den Flugplatz Oschatz. Der nächste große Verkehrsflughafen ist Leipzig-Aale. Größere ortsansässige Unternehmen sind das Betonwerk Oschatz, ein mittelständischer Fertigteilproduzent, die Doro und Son KG im Bereich Großhandelhaustechnik, Stahl und Flüssiggas, der Elektrobau Oschatz. Ein Hersteller von Zündeinrichtungen für Leuchtstofflampen Frankenstolz. Ein Zweigwerk eines mittelständischen Betten- und Matratzenproduzenten und die Oschatzer Fleischwaren GmbH. Des Weiteren gibt es die Oschatzer Wagen GmbH im Bereich der Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Service von Schütt, Absack- und Behälterwagen sowie Big-Bag-Befüll- und Entleereinrichtungen, die PD-Glasseiden GmbH Oschatz. Ein Hersteller von Entloss-Glasfasern für die Kunststoffverstärkung, das Unternehmen Pharma-Eye, ein Zulieferer für die Produktion von Impfserien, sowie die Taika-Total-Gatz GmbH. Ein Tanklager für Autogas für Umkreis von ca. 100 Kilometern. Im Ortsteil Lonnewitz befindet sich der Fach- und Versandhandel Musikhaus Korn. Die Kolmklinik Oschatz GmbH ist mit 210 Betten ein Krankenhaus der Regelversorgung. Träger sind der Landkreis und die Asklepius-Kliniken-Verwaltungsgesellschaft MbH. Das Geophysikalische Observatorium auf dem Kolmberg ist eine Außenstelle der Universität Leipzig. Sonstiges Der Akademiksa Jürgenhardt hat einmal die Frage, wo das reinste Sächsisch gesprochen wird, mit Oschatz beantwortet, weil sich hier die Einflüsse von Leipzig und Dresden mischen. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Johann V. I. von Seilhausen, Bischof von Meißen Bolter Sarsatorius, lutherischer Theologe Johannes Renius, Pädagoge Johann Georg Böse, Theologe Sigmund Ehrenfried von Oppel, Kammerpräsident, Obersteuerdirektor und Präsident des Geheimenrats von Sachsen-Gotha-Altenburg Johann August Richter, Kathograf und Zeichner Johann Samuel Hoffmann, ab 1750 Bürgermeister in Oschatz Heinrich K. Leichstätt, Altphilologe, Professor in Leipzig und Jena Ludwig Theodor Zöllner, Zeichner und Lithograph Adolf Ferdinand Krech, Schuldirektor Konstantin Hering, gilt als Begründer der Homöopathie in Amerika Karl Eduard Hering, Lehrerorganist und Komponist Hermann von Nostitz-Weilwitz, sächsischer Innen- und Außenminister, Minister des Königlichen Hauses Hugo Nauck, deutscher Architekt, Oberbaurat und Landbaumeister in Sachsen Karl Ernst David Wallis, österreichischer Geschäftsmann und Porzellanwarenfabrikant Hans Karl Albert Winkler, Botaniker Siegfried Siebert, deutscher Heimatforscher und Lehrer Theodor Schulze, Jesmer, Maler, Grafiker und Fotograf Friedrich Burkhardt, Gewerkschaftssekretär, Polizeihäftling im KZ Buchenwald und nach ihrer Eröffnung Führer durch die Gedenkstätte Susanne Leonhardt, Schriftstellerin Rudolf Greifeld, Jurist, Geschäftsführer des Kernforschungszentrums Karlsruhe Ewald Katschmann, Chemiker Marie-Louise Bernhard von Lutetz, Schriftstellerin Ernst-Jürgen Dreyer, Schriftsteller, Dramatiker, Übersetzer und Musikwissenschaftler Hermann Rudolf, Journalist und Herausgeber der Zeitung der Tagesspiegel Axel Kehlert, Handballspieler Dagmar Schellenberger, Opernsängerin Kerstin Knabe-Gepp, Klaus Leichtathletin, 1983 Vize-Weltmeisterin im 100 Meter Hürdenlauf Roland Wetzig-Bob-Fahrer Birgit Reiber, Schwimmerin, Weltmeisterin und mehrfache Europameisterin Detlef Berz, Rennrottler Andreas Beude, Konzertpianist Christina Schmidt, Richterin am Bundesarbeitsgericht Jürgen Nerische, Fußballspieler Joey Gritt-Winkler, Moderatorin und Journalistin Lukas Koch, Fernsehmoderator Tom Geisler, Fußballspieler in der 2-Fußball-Bundesliga Ulrike Mertesacker, Handballspielerin in der Deutschen Nationalmannschaft Christina Schlechter, Volleyball- und Beachvolleyballspielerin Lucy Heinze, Schauspielerin Babette Peter, Fußballspielerin, Weltmeisterin 2007 Melanie Müller, Erotikmodel Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben Paul Mathesius, Lutherischer Theologe Professor der Theologie an der Universität Leipzig und Superintendent in Oschatz Gottfried Kundisius, Lutherischer Theologe Professor an der Universität Jena und Superintendent in Oschatz Martin Blochwitz, Mediziner, Praktischer Arzt, Stadtphysikus in Oschatz Johann Karl Friedrich von Brause, Lutherischer Theologe Superintendent von Oschatz Karl Gottlieb-Hering, Lehrer, Musiker und Komponist, vertonte in Oschatz bekannte Kinderlieder Karl August Gadegast, Landwirt und Scharfzüchter M.D.L.E. Theodor Günther, Rittergutsbesitzer in Saalhausen und konservativer Politiker M.D.R. M.D.L.E. Karl Georg Lewin von Metsch-Reichenbach, sächsischer Politiker, Ministerpräsident 1875-1880 1880 Amtshauptmann in Oschatz Ernst Darnert, bedeutender Stenograf A. Von Reden und Tischgesprächen Wilhelm Kunze, 1945 1871 Nummer, 63-8 August Geb, getauft 11 August Heinrich Karl Abraham, ein Sohn von M.D.L.E. Johann Abraham Eichstädt, Archidier, Könai Janst Darnert, Diefen, aren't Sie? Langeb, grein, Sieg, Scharfzüchter, und Sieg, Scharfzüchter, scharfzüchter und Sieg, Scharfzüchter, Sieg, Scharfzüchter und Sieg und Sieg. Vielen Dank.